herzlich willkommen zu einer neuen folge fortnight heute kam das erste season 10 update also das erste große update in season 10 version 1 10.1 kam jetzt rein mit neuen leaks challenge und challenges und beziehungsweise challenges die jetzt neu kommen werden neuen skins und alles sowie eine neue map änderung und noch ein paar weitere änderungen wozu wo wir jetzt als erstes zu kommen werden und zwar gibt es jetzt retail row wieder zurück auf der fortnight map zu finden als riftzone wie schon auch tiltetown gibt es dort eine spezielle ein spezielles game feature und zwar können wir zombies spawnen in solchen klassischen felsen wie wir es auch schon im herbst hatten letzten herbst hatten mit den halloween zombies und im winter mit den schnee zombies jetzt gibt es das eben halt in retail row und dort ist allerdings eine kleine besonderheit und zwar können die monster tatsächlich nur innerhalb der bubble bleiben also innerhalb von retail row selbst sie können dort nicht entweichen haben wirklich gar keine chance dazu man kann allerdings nicht wie enttiltet man kann dort ganz normal bauen ganz normal schießen und alles ja auf jeden fall gibt es dort trotzdem eben halt eine menge munition jetzt durch die scheusahle weil die munitionen verbrauchsgegenstände und waffen droppen wenn sie eliminiert werden außerdem bekommt man ein wenig schild obendrauf ich glaube so ungefähr drei schild bekommt man wenn man die killt die zombies ist finde ich ganz nice features ich glaube sonst hat sich dort nichts zum alten retail row verändert finde ich auf jeden fall ganz nice ja als nächstes gibt es ein neues gameplay feature und zwar drohen und munitionskisten öffnen sich jetzt wenn man sie zerstört sie können nicht mehr versehentlich irgendeine munitionskiste zerstören entweder wenn er unter den unter den munitionskisten oder tun etwas abbaut bleibt die munitionskiste oder die truhe erhalten oder sie wird immer einfach zerstört und dabei immer geöffnet finde ich auf jeden fall eine ganz nice funktion und jetzt kommen wahrscheinlich zu einer relativ spannenden sache und zwar wo das beast geupdatet es gibt jetzt natürlich nicht ganz so viele neue änderungen dabei aber ein paar wenigstens und ich denke mal sollte auf jeden fall ganz nice sein es wurde nämlich ein ziellaser hinzugefügt der eben halt für sowohl die gegner als auch für den fahrer erscheint um zu sehen wo die raketen genau hingeschossen werden damit man nicht ganz überrascht werden kann und dann wenigstens sehen kann dass auf einen grad geäumt wird als nächstes spawnen jetzt kann man jetzt mit hängegleitend direkt in den biester einsteigen das heißt wenn ihr direkt runter fliegt könnte direkter einsteigen außerdem spawnen jetzt max auch unregelmäßig während der sturmphase zumindest in den großen team modi mit aktivierter respawn optionen des weiteren wird ein beast im sturm zurückgelassen das heißt wenn er keine drin ist wird es nach 30 sekunden zerstört ist auch ganz nice und und bis die wo immer keiner mehr drin sitzt und die dann fünf sekunden nicht mehr um benutzt wurden die werden dann auch angezeigt um ja des weiteren vier arena und turniermodi wurden um auch noch weitere anpassungen um zum bies gemacht denn das ganze wurde schon mal in einem anderen um ja weiter er bei ihm reddit gepostet allerdings wird es nochmal für euch jetzt sagen ähm das ganze gilt allerdings immer nur für arena und turniermodi also wie zum beispiel die champion series die jetzt auch am wochenende beginnen werden und zwar ähm gibt es jetzt wurde alles ein bisschen verringert ähm bisher war es ja immer das über oder in den ersten drei zonen immer 100 prozentiges spawnrate war war ziemlich nervig und jetzt sehen wir nur noch so dass man das in der ersten sturmphase eine 21,5 prozentige chance besteht das ein bis 3 Trägt die Chance nur noch 3% das ein, mich spawnt. Verringt auf jeden Fall die ganze Spawn-Chance davon ziemlich stark. Finde ich ganz nice. Ja. Dann gibt es jetzt auch tatsächlich ein Tutorial-System. Neu im Game drin. Ist jetzt allerdings, denke ich mal, für die meisten Spieler eher unwichtig. Gibt wieder neue Creative-Mode-Sachen. Da gibt es ja auch immer eine Menge Änderungen. Ja, dort wird demnächst auch das hier als Galerie reinkommen, das man dann benutzen kann. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, ganz nice. Und jetzt kommen wir zu weiteren Map-Änderungen bzw. Leaks, die kommen werden. Währenddessen habe ich euch hier schon eine ganze Zeit Skins eingeblendet. Wie zum Beispiel den Fuchs-Skin, der wirklich extrem cool aussieht. Ja, des Weiteren kommen wir jetzt eben mal zu einem neuen Bild. Und das werde ich euch jetzt einblenden. Und zwar sieht man darauf so ziemlich gar nichts. Außer eine Fläche, eine braune Fläche, wo nichts drauf ist. Und wenn man das mal analysiert, sieht das ziemlich stark danach aus, dass das bei, ähm, zwischen dem Wicklingerberg ist und Tilted Town ist. Die Sockerhalle dort. Und, ähm, das wird wahrscheinlich zerstört. Der nächste Laser wird ja auch schon in das Depot gebaut und wird wahrscheinlich dann dort etwas verändern. Es gibt auch noch eine neue, neue Änderung. Und zwar, ähm, gibt's, ähm, die, ein neues Rift, ein Portal Rift, das reinkommen wird. Und zwar kommt ein Junk Rift rein. Wahrscheinlich ein schlechteres Portal Rift, so wie wir es bisher erkannten. Vielleicht fliegt man nicht ganz so hoch, äh, oder man kann nicht ganz so weit gleiten damit. Kann ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Wird wahrscheinlich episch sein, denke ich mal. Oder blau. Davon gehe ich aus. Denke ich mal, wird ganz nice sein. Kommt nächste Woche. Ähm, weitere Challenge-Leaks gibt's natürlich auch dazu. Jedoch dann, wenn Challenges rauskommen, ähm, weitere Videos. Und, ja, dann haben wir noch ein paar neue, ähm, Loading-Screens, die ich euch jetzt einblenden werde. Siehen allesamt eigentlich ganz nice aus. Ich glaube, man kann jetzt nichts als Spezielles dabei erkennen. Das sind eben halt normale Loading-Screens. Zeigen, denke ich mal, nicht ganz so viel. Jetzt kommen wir allerdings wieder zu einer etwas spannenderen Sache. Und zwar ist der, äh, Kevin zurück. Allerdings nicht, äh, als wirklicher Kevin, sondern nur als Statue. Und zwar dort, wo der in Season 5 gespawnt ist. In der Wüstenregion, ähm, gibt's jetzt so einen Mini-Kevin in Grau. Also, als Andenken einfach. Falls es einem auch schon aufgefallen ist, wurde die Map-App, beziehungsweise die Map-Farbe etwas geupdatet. Wieder etwas dunkler. Und, ich weiß jetzt nicht, ob's irgendwie gewollt ist oder nicht. Aber, äh, in der Wüstenregion ist da, wo auch dieses eine Mäusch-Tierhaus im Prinzip ist, ist es deutlich dunkler, die ganze Map. Ich weiß nicht, ob das etwas zu bedeuten hat, aber kann natürlich sein. Ähm, ja, müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Dann gibt's auch wieder tatsächlich die, ähm, diese hölzerne Brücke, die zwischen Anarchy-Ackers war und Tomato Town. Und, ähm, neben, äh, zwischen Tomato Town und Wailing Woods damals war. Ähm, beide Varianten sind aufgetaucht und, ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt, ob das wieder reinkommt. Das heißt, wir werden natürlich, äh, Andeutung dafür, dass die ganze obere Region, Anarchy-Ackers, Tomato Temple und vielleicht sogar Wailing Woods zurückkommen wird. Ähm, wenn wir tatsächlich auch so weitermachen mit den ganzen Map-Änderungen. Das heißt, wir hätten dann 10 Map-Änderungen in Season 10. Dann hätten wir am Ende im Prinzip fast eine ganz neue Karte. Wäre auf jeden Fall ganz nice. Ähm, bin ich schon gespannt drauf. Das war's soweit mit den Infos, die es, ähm, gibt. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Und, ähm, ich würde natürlich über ein Abo und ein Like freuen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Ähm, wie zum Beispiel, einer hat auch, ähm, reingeschrieben, dass zum Beispiel die Links nicht funktionieren. Falls euch so etwas auch fällt, auch auffällt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Das war's jetzt mit dem Video. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.